Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Ich habe es vermisst, es ist so schön. Ich dachte, heute muss wieder sein, dieses Getreller hier. Ein Träumchen, ein Träumchen. Hallo ihr Zuckerschnütchen, willkommen bei den Popculturellas. Wir verraten euch was, wir müssen reden. Überraschung, wer hätte das gedacht? Treue Zuhörer wissen, wir treffen uns einmal die Woche, um über popkulturelle und boulevardtechnische Themen zu reden. Und heute reden wir über ein sehr leidenschaftliches Thema von uns beiden. Ich glaube, das kann ich schon vorwegnehmen. Es ist sehr leidenschaftlich. Die Kardashian. Die Kardashians. Die Kardashians. Und ich möchte nochmal ganz kurz... Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen. ...hinzufügen. Alles gut. Ihr hört die Stimme von der Blonden, falls ihr ein Foto von uns seht, von der Blonden. Er hört die Stimme von der Blonden, Punkt. Nein, nein, jetzt kommt dein Name. Andrea. Und von der schwarzhaarigen Karolin, hallo. Könnt ihr uns besser auseinanderhalten. Genau. Also wenn ihr meine Stimme hört, müsst ihr an Blond denken und wenn ihr Karos Stimme hört, dann an dunkle Haare. Nicht wahr? Das kriegt ihr hin. Wäre doch dunkle Haare. Ach, Kim Kardashian, was für eine Überleitung. Wuhu! Oh Gott. Oh Gott. Ich verzeihe dir, weil du bist die uneheliche, verschollene Schwester. Ich bin Karo Kardashian. Falls ihr es nicht wisst, Leute. Ich habe mich beworben als Karo Kardashian, als sechste Schwester von Kardashians. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Von niemandem. Ich habe Kris Jenner angeschrieben. Also, I don't know. Bitte helft mir, dass das Wirklichkeit wird, denn ich will eine reiche Influencerin werden. Scherz. Das will Karo, ich nicht. Eine reiche, verwöhnte Gehörer. Ich nicht. Ich will nur mein alter Ego, aber ich nicht. Aber ich unterstütze sie. Ja, aber kommen wir zu Kim Kardashian und ihrer neuesten Liaison. Liaison. Ja. Ja. Anders kann man es gar nicht nennen. Ich bin ja, also pass auf, die Kimi datet jetzt neu den Pete Davidson, den sie bei SNL damals bei Saturday Night Live kennengelernt hat, so einen Comedian tätowiert, der gefühlt alle in Hollywood schon hatte, alle Ladies, keine Ahnung, wen er nicht hatte. Und ich muss ja sagen, boah, den könntest du mir ja nackig auf den Buckel binden. Nee. Ich bin leider, ich würde das auch gern sagen können. Aber. Nein. Enttäuschung nicht. Ich bin ambivalent mit ihm. Ich bin sehr ambivalent. Irgendwie denke ich auf eine Art, weil er erinnert mich so ein bisschen von seinem Aussehen an meinen ersten Ex-Freund. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So ganz weit entfernt. So ganz kleines bisschen. Ich mag ja auch große Männer. Pete Davidson ist 1,90 groß. Ja, okay. Da ist, there's something about him. Ich verstehe es auf eine Art. Auf eine Art will ich es nicht. Ich will es irgendwie nicht, ihn irgendwie gut finden. Und träge doch einiges dazu bei. Aber irgendwas, denke ich so, damn it. Es ist einfach, weil er so groß ist. Nein, nicht nur. Ja, aber gehen wir nochmal zurück zu Kim Kardashian. Die hat ja eigentlich Anfang 2021 die Scheidungspapiere eingereicht hier, ne? Von ihrer Ehe mit Kanye West. Ja. Die ist aber noch nicht final, die Scheidung. Zumindest behauptet sie das ja mit den Entscheidungspapieren, weil der gute Kanye will ja davon gar nichts wissen. Der behauptet ja, er hätte die Dinge noch nie gesehen. Ganz schön krass. Und er möchte auch, also so sagen es, neueste Publikationen, seine Ehe retten. Und er will Kim zurückhaben. Ja, weil er hat nämlich, er war, also er wurde eingeladen von irgendeinem Podcast in Amerika und hat da sehr, sehr lange ausgiebig über alles gesprochen. Und er hat auch erzählt, er ist jetzt in die Nähe von Kim und den Kindern wieder gezogen. Und er versucht mit aller Gewalt die Familie zusammenzuhalten. Und er möchte Kimi zurückhaben. Und er sieht das ja als große PR-Maschine, diese Scheidungsgeschichte, dass das Muttertier Kris Jenner da irgendwie sehr dagegen, also dagegen arbeitet, dass beide wieder zusammenkommen. Und er hat ein Bild getwittert, gepostet, ein Schwarz-Weiß-Bild, wo er und Kimi ganz innig miteinander sind. Und schrieb drunter, Gott wird uns wieder vereinen. Ja, ich meine, irgendwie tut er mir leid. Aber ich verstehe auch, dass man Bedenken haben könnte, wenn man sich so anschaut, wie es ihm die letzten Monate, Jahre so ging. Was bei ihm so abging, nicht wahr? Also es wirkte nicht immer so ganz stabil, sag ich jetzt mal. Und dass man da ein bisschen misstrauisch vielleicht wird, als Ex-Gattin, noch Gattin, sag ich mal. Verstehe ich schon. Ich meine, wer weiß, was dazwischen den beiden noch so alles war. Das weiß man natürlich nicht. Aber sie ist gerade wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Und sie ist auch nicht darauf eingegangen, auf seinen Post. Ja, die hüllt sich nämlich in Schweigen, die gute Kimi. Das Kenje natürlich noch mehr auf die Palme treibt, natürlich. Aber weil du gerade sagst, man weiß nicht, was noch vorgefallen ist. Angeblich hatte die Kimi zu Ehezeiten was mit Drake. Hör mal. Hör mal. Da wird so, platzende Bombe. Und die Kimi hat das immer bestritten. Aber jetzt, wo der Drake wieder mit dem Kenje Best Buddy ist, gab es ja auch ein Foto, Leute. Schaut es euch an. Der Kenje hat wieder ein Bild mit dem Drake gepostet. Das ist alles wieder. Tutti, alle haben sich wieder lieb. Hat der Drake nämlich zugegeben, dass da doch was dran gewesen ist? Hei, 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 hei. Und Kenje war ja auch nicht treu in der Ehe. Das hat er ja selber zugegeben. Auf Tour. Irina Schaik, stimmt das? Mit Irina Schaik, das war nach der Trennung. Das stimmt. Er hat kurz angewendet mit der Ex-Frau von Bradley Cooper. Aber das war nur so eine kurze Tentelei. Aber er meinte ja, oder hat es ja mal seiner Crew gesagt unter Tränen, dass er Kim während der Ehe auf Tour oft betrogen hat. Yee. Ja, 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 ja. Falls ihr euch wundert, warum ich mal Yee sage. Er heißt ja jetzt nicht mehr Kenje. Er heißt ja Yee. Genau. Weil das ist ja die Steigerungsform von Kenje. Nur, falls ihr das jetzt noch nicht wissen solltet und denkt, warum reden die immer über Yee? Was machen die da für Laute? Das ist der neue Künstlername von Kanye West. Aber wir sagen noch Kanye West für alle, die das Memo noch nicht bekommen haben. Du, vielleicht ist es auch wie bei Puff Daddy, der dann irgendwann Pete Diddy heißt und dann wieder Puff Daddy und Diddy und keiner. Wahrscheinlich weiß er heute noch nicht, wie er morgen heißen wird. Das kann sein. Das kann sein. Ja. Aber schauen wir uns doch mal den guten Pete Davidson an. Das fand ich ja ganz spannend bei der Recherche, was ich alles so gar nicht wusste. Wie gesagt, Pete Davidson und Kim Kardashian sind sich wohl bei SNL. Da haben sie ja einige Szenen zusammen gehabt, denn Kim hat ja gehostet. Darüber hatten wir auch schon eine Folge gemacht. Hört sie euch mal an. Das klingt, als ob sie gehustet hätte. Sie hat gehustet vielleicht auch, aber sie hat gehostet. Sie war SNL-Host bei SNL. Da gab es ja auch einiges dazu. Aber darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Richtig. Hört mal rein. Hört da mal rein. Aber dieser Pete Davidson, der ist ja 28 Jahre alt, in Staten Island geboren. Und bevor ich auf seine Dating-History zu sprechen komme, weil das wird ein bisschen dauern, reden wir mal über etwas dunkle Stunden in seinem Leben. Also er ist zwar als Komiker bekannt, hat aber schon einiges erlebt. Also er ist der Sohn einer Schulkrankenschwester und eines Feuerwehrmanns. Und sein Vater ist tatsächlich bei dem Einsatz beim World Trade Center am 11. September 2001 ums Leben gekommen. Oh nein. Ja, das ist wirklich, wirklich hart. Und er hat darüber auch, also er hat dann eine Therapie angefangen. Er verarbeitet das auch in seiner Stand-up-Comedy. Er hat einen sehr, sehr schwarzen Humor. Und er spricht auch über den Tod seines Vaters, über den Flugzeugabsturz, in wirklich, mit schwärzestem Humor. Aber er meinte, wenn es irgendwie lustig war oder Schmerz einfach besser für ihn zu ertragen. Das kennt man ja oft von Komikern, dass sie leid ... Warte kurz, der Vater saß im Flugzeug? Nein, der war Feuerwehrmann. Der ist bei dem Einsatz gestorben. Genau. Mein World Trade Center ist natürlich wirklich hart. Er hatte schon viele erfolgreiche Auftritte. Und unter anderem war er auch bei dem Film Dating Queen mit dabei, wo er eine kleine Rolle hatte. Und wo auch Bill Hader von SNL mit dabei war. Und Bill Hader hat ihn dann einem Produzenten empfohlen. Und so kam er dann zu SNL tatsächlich. Er war auch das jüngste Mitglied. Also der erste bei SNL, der schon ... Also der in seinen 90ern geboren war und dann da mit am Start war bei dem Cast. Und er ist schon ein sehr, sehr cooler Dude, kann man so sagen. Aber wir gehen jetzt mal noch darauf ein. Ach, genau. Er hat dann auch angefangen, nach dem Tod seines Vaters Antidepressiva zu nehmen. Hatte eben sehr viel mit Depressionen zu tun. Er leidet auch an Morbus Crohn an der Krankheit. Er hat schon so einige Sachen durch, muss man schon sagen. Er hatte auch mal über Suizidgedanken gesprochen. Also da sind schon sehr, sehr viele dunkle Stunden in seinem Leben gewesen. Ich weiß nicht genau, ob ich den Übergang finde. Aber er ist auch ... Doch, ich sag's mal so. Das Leben ist ja widersprüchlich. Er ist auch dadurch sehr bekannt geworden, dass er sehr, sehr viele berühmte Freundinnen hatte. Und ich hab das jetzt mal nummeriert. Jedenfalls die berühmten Freundinnen. Nummer eins. Du hast sie nummeriert? Ich hab sie nummeriert. Ich hab die Reihenfolge. Also er hat bestimmt noch viel, viel mehr Freundinnen. Aber ich rede jetzt mal von denen, die halt sehr bekannt und berühmt sind. Fangen wir an. Ariana Grande. Da hatten sich damals viele Leute gefragt, was findet diese unglaublich erfolgreiche Sängerin an Pete Davidson, an diesem schlachsigen Komiker. So wurde es gesagt, O-Ton. Also ich finde ihn gar nicht schlachsig, aber wie gesagt. Und da hatte sie wohl gesagt, naja, er ist gut bestückt. So im Scherz. Ah, das hab ich gehört. Nicht wahr? Es ist irgendwie hängen geblieben. Warum hab ich mir das gemerkt? Entschuldigung. Und er hat darüber dann auch Witze gemacht und meint, er findet das gar nicht gut, dass sie darüber gesprochen hat. Er möchte nicht sein Leben lang enttäuschte Freundinnen haben, die das gehört haben. Sowas fand ich schon sehr lustig, wenn er damit umgegangen ist. Ich meine, das ist ja auch sehr intim, ne? Würde ich jetzt auch nicht so cool finden als Mann. Dann, als diese Verlobung, also die wurde ja gelöst. Er hatte ja einen Heiratsantrag gemacht, den sie angenommen hatte. Die wurde ja gelöst. Sehr bekannt ist dann ja auch das Lied Thank You Next von Ariana Grande. Aha. Das dann wahrscheinlich so ein bisschen die Antwort war auf die Trennung. Dann war er mit Kate Beckinsale zusammen. Ja, die hatte ich noch im Kopf, genau. Ne, die Schauspielerin, auch einiges älter als er. Die haben ja sehr öffentlich rumgeknutscht bei einem Basketballspiel. Dann war er, warte mal, drei war Phoebe Dynever, ich spreche sie bestimmt falsch aus, Schauspielerin bei Bridgerton. Oh, ist das die Blonde? Ähm, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, ich habe mich vertan. Jetzt kommt erst einmal nach Kate Beckinsale Margaret Quelly, die Tochter von Andy McDowell, also eine der Töchter von Andy McDowell, auch Schauspielerin. Dann war erst einmal Kaya Gerber, Model. Die Tochter von, von Dings, von hier, wie heißt es, Cindy Crawford, oder? Von Cindy Crawford, genau, die Tochter von Cindy Crawford. Dann, Nummer fünf, Phoebe Dynever, Schauspielerin bei Bridgerton. Und er war irgendwann auch, das fand ich ganz interessant, mit einer Casey David zusammen. Die sagt jetzt, dem weiß wahrscheinlich nichts, mir eigentlich auch nicht, aber sie ist die Tochter von Larry David, der Curb Your Enthusiasm und Seinfeld mitentwickelt hat. Und er ist ja Jude, und das sage ich deswegen, weil er seine Tochter getröstet hat, Casey David, als eben Schluss war mit Pete Davidson, und sie sehr, ganz viel geweint hat und Liebeskummer hatte. Und dann meinte er wohl zu ihr, deine Vorfahren haben den Holocaust überlebt. Dann wirst du das wohl auch überleben. Das ist wohl sehr harter Humor. Also ich finde ja, Juden haben einen sehr genialen Humor. Sehr genial. Und Larry David, ich meine, ist sehr bekannt für seinen Humor und für die Sitcoms, die er kreiert hat. Aber ich fand das, das war einfach so hängen geblieben. Ja, das mal kurz so zu Pete Davidson. Er ist wie gesagt Cast-Mitglied bei SNL. Und ja, also jetzt mit Kim Kardashian. Ich habe es ja am Anfang nicht geglaubt. So, ne? Ich habe gedacht, ach Quatsch, diese Gerüchte. Wie ging es dir? Du liebe Caro, so ging es vielen anscheinend. Ich habe es auch nicht erst geglaubt. Und die Community spricht ja. Ich habe mir das mal angeguckt, was die Community so spricht. Es gibt wohl Menschen, die zu wissen glauben, dass Kris Jenner das alles eingefädelt hat. Weil die gesagt hat, es kann ja nicht sein, liebe Kimi, dass deine Schwester Kourtney so viel Aufmerksamkeit mit einem Bad Boy erregt. Such dir doch auch mal einen. Nein. Nein, doch. Also das sagt die Community. Wir wissen es natürlich noch nicht offiziell, aber mal gucken. Die Kardashians sind ja eine einzige PR-Maschine. Die neueste Staffel soll jetzt rauskommen. Aber das ist auch der Grund, warum Kanye sagt, das ist alles nur PR. Die wollten das irgendwie für die neue Staffel haben, um die besser zu verkaufen. Also diese Scheidungsgeschichte. Und die Community munkelt vielleicht auch, dass das alles nur ein PR-Gag ist, um von der Tragödie der Astroworld-Tour von Travis Scott und Kylie Jenner abzulenken. Also wenn das wirklich stimmen sollte, was die Community da sagt, dann wäre ich ein bisschen angewidert. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass Kourtney Kardashian immer so ein bisschen hinten überfällt und irgendwie die am meisten gedisste Schwester ist, so von Khloe, Kim und Kris, der eigenen Mutter. Und kann man ihr nicht mal, kann man Kourtney nicht einfach mal ihr Liebesglück gönnen? Also ich finde, sie hat es wirklich verdient. Und ja, sie ist mit einem weißen Mann zusammen. Die Kardashians sind dafür bekannt, dass sie eher POC-Männer daten. Und das ist aber einfach so nachzuäffen und zu sagen, jetzt nimm dir auch mal einen weißen, tätowierten Bad Boy. Also das finde ich wirklich unter aller Kanone. Wenn das wirklich so ein PR-Coup sein sollte, dann wäre ich echt so, boah, nee, das wäre nicht meins. Also wenn das stimmen sollte. Und auch dieses Ablenkungsmanöver von Astroworld, also ... Ja, aber überleg mal, dieser Heiratsantrag von Travis Barker, ich komme bei den ganzen Travisen immer durcheinander, von Travis Barker und Kourtney, der wird ja auch Teil der neuen Staffel sein. Mhm, stimmt. Also es ist alles sehr viel PR. Und sie haben ja, also den Geburtstag von Pete Davidson, haben Pete Davidson, Kim Kardashian und Kris Jenner mit Flavor Flav gefeiert. Da gab es zumindest ein Foto, was für viele verstörend gewirkt hat. Haben sie bei Kris Jenner zu Hause in der Hütte gefeiert, nämlich. Genau, und Flavor Flav hat das irgendwie gepostet. Und alle tragen irgendwie von Kims Unterwäschelinie irgendwie Pyjamas. Es ist Flavor Flav natürlich wieder die größte Uhr, die er gefunden hat. Und ja, er schreibt da so, hey, happy birthday, Pete. Und Shoutout an die Kardashian-Jenners, weil geile Ladies und keine Ahnung was. Also das war so ein bisschen so, wo man denkt so, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, alle miteinander? Ja, viele haben es ja gedacht, Mensch, der Pete Davidson ist doch gar nicht das Beuteschema von Kim Kardashian. Jetzt mal eine Frage an dich, Andrea. Ja. Was meinst du, findet er an ihr? Und was findet sie wohl an ihm? Also ich, ich kenne ihn zu wenig. Ich habe zu wenig von ihm mitbekommen. Ich habe so das Gefühl, vielleicht findet er die schon spannend. Vielleicht ist er so ein bisschen so einer, der kann Liebe von Trophäen nicht unterscheiden. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Vielleicht ist das so eine Trophäe von ihm. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen diese Welt der Kardashians, wo er sich irgendwas erhofft. Aber vielleicht nicht vordergründig, sondern vielleicht schwingt das so mit. Und bei ihr weiß ich nicht, ob das wirklich so. Guck mal, wir sind ja auch manchmal so, wir Mädels so, wenn wir sehen, was jemand anders hat, dann denken wir darüber nach, ob das für uns auch gut ist. Und vielleicht ist das gar nicht so eine Maschinerie, so eine PR-Maschinerie, sondern vielleicht hat die Kim wirklich das gesehen, wie Travis und Courtney zusammenpassen. Und vielleicht hat sie daran einen Gefallen gefunden. Und dann gab es diesen Pete und er hat mit ihr geflirtet. Und es gab ja auch diesen Sketch, wo sie sich geküsst haben bei SNL. Und vielleicht fand die irgendwas spannend und er hat die richtigen Worte gefunden und weiß ich nicht. So ein Ablenkungsmanöver. Weil ich sehe das eigentlich, die passen nicht so wirklich zusammen, finde ich. Ich finde es auch eine schräge Kombi. Also jetzt nicht nur wegen dem Alter, da scheint Pete ja auch egal zu sein. Ich meine, finde ich cool. Also ich finde es immer eigentlich ganz cool, wenn endlich mal ältere Frauen und jüngere Männer daten. Meistens ist es ja umgekehrt. Das ist es fast gar nicht so sehr. Es ist eher diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Welten. Und auch, ich habe so ein bisschen gedacht, ich meine, wir sind beide Schauspielerinnen. Wir wissen, wie das ist manchmal, wenn wir Filmpartner oder Theaterpartner haben, die wir küssen, die unser Love Interest sind sozusagen. Manchmal verguckt man sich dann ein bisschen. Also mir ging das in der Vergangenheit oft so, dass ich, wenn ich solche intimen Kussszenen hatte mit einem Kollegen, dass ich dann irgendwie auch dachte so, hm, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und vielleicht, ich meine, Kim ist das ja jetzt vielleicht gar nicht so sehr gewohnt, dieses Schauspielding, dass man immer dieses Ding hat, dass man Leuten sehr, sehr nahe kommt, dass es zu unserem Job gehört. Vielleicht hat sie da auch ein bisschen Spiel mit Realität verwechselt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es mit reingespielt, dass die Hormone dann da irgendwie hochgeschnellt sind. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere natürlich auch nur wild rum. Du, vielleicht ist Kimi auch in der Phase ihres Lebens, wo sie denkt, so ein jüngerer Typ. Ja, vielleicht ist es so ein Rebound nach dieser Scheidung oder noch nicht ganz Scheidung von Kanye, dass sie sich gesagt hat, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen Spaß. Ich bin offen für das, was kommt. Ja, ja. Und Kanye behauptet ja auch felsenfest, dass SNL dran schuld ist, dass Kimi in ihrem Entry-Monolog über die Scheidung von den beiden gelästert hat. Er gibt SNL die Schuld. Er denkt, dass Kimi das nicht war. Ja, interessant. Ich meine, irgendjemand wird wohl ihren Monolog geschrieben haben. Das hat sie bestimmt nicht selber geschrieben. Wahrscheinlich. Aber sie hat es bestimmt auch mit inspiriert und natürlich das mit befeuert, aber so. Und ich verstehe schon ein bisschen, dass er dann denkt, hm, wer hat denn da jetzt irgendwie noch was dazu gesagt oder dazu geschrieben? Aber ich meine, sie hat es abgesegnet. Sie hat jetzt nichts dagegen gesagt, selbst wenn das komplett geschrieben wurde. Ja, das ist auf jeden Fall momentan so ein Liebestatus bei den Kardashians. Da ist ja immer regelrechter Austausch und jede Woche was Neues. Aber wirklich. Also die haben es auch wirklich drauf. Also die schaffen es wirklich, dass da ständig irgendwas Neues passiert, dass sie alles vermarkten, was in ihrem Leben so abgeht. Ich glaube, mittlerweile fließt das so von allein. Die wissen gar nicht, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Also dass sie wirklich ... Die Vermarktung oder die Tatsache. Ja, ganz genau. Also ich glaube, mittlerweile ist das so ein Selbstläufer geworden. Ich weiß es nicht. Das ist halt, ey, das musst du dir mal vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand den ganzen Tag so durch die Gegend läuft und sich überlegt, ob jeder Schritt eine Vermarktung wert wäre. Kannst du dir das vorstellen? Ich frage mich halt, was da alles so mit reinspielt. Ob sie auch so ... Ich glaube, die checken schon, was gerade über sie berichtet wird, was über sie gerade in den News ist. Und dass sie, wenn sie merken, ah, da keimt gerade was auf, jetzt zum Beispiel mit Kim und Pete. Und sie sehen die Reaktion, die Spekulation. Es wurde ja auch viel spekuliert. Das hat man ja auch viel gelesen, dass viele Medien darüber geschrieben haben, was ist denn da, dass sie sagen, die Fährte nehmen wir mal und machen was draus. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das kann natürlich sein. Ich meine, die Medien und so in den USA, die sind natürlich noch mal findiger als bei uns, würde ich sagen. So ein Wechselspiel ist das vielleicht. Ja, und ich weiß auch nicht, ich meine, guck mal, die Kimi war ja bei diesem riesen Konzertevent von Ken Yeh dabei. Also ich glaube, die reden schon noch miteinander. Also ich weiß nicht, was da Wahrheit ist. Ja, ich auch nicht, genau. Ken Yeh tut mir ein bisschen leid. Armer Dude. Er tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Aber jetzt kommt die nächste Frage an dich. Wie lange gibst du Pete und Kim? Ungefähr, vom Gefühl so. Ja. Okay. Allerhöchstens. Weihnachten wird noch mitgenommen, die emotionale Zeit. Und dann kommt der Frühling wieder und mal gucken, wo die Hormone dann hingehen. Mhm. Ja, ich bin auch super gespannt. Also ich hätte jetzt vielleicht, ich würde es so aus dem Bauch sagen, ein halbes Jahr. Aha. Aber gleichzeitig denke ich, das ist relativ unplanbar. Nachher überraschen die uns noch mit irgendwas. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt in der Ehe oder irgendwas münden wird. Boah, ich sag dir, wenn der ihren Heiratsantrag macht, dann weiß ich nicht, was ich mache. Ey, ich meine, Podcast-Explosion, machen wir so eine Breaking News. Breaking News-Folge. Also das, ich, ich meine, wer weiß. Ich habe ja auch nicht geglaubt, dass die beiden wirklich daten. Das habe ich ja auch schon nicht geglaubt. Und jetzt ist es wirklich so. Und, ach, ich weiß nicht. Ich sage jetzt mal so ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch weniger. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich überrascht werde und das irgendwie noch länger läuft. Es kann, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie gerade alles möglich. Okay, pass auf, wir schließen heute eine Wette ab, Caro. Ich sage, das geht ein Jahr. Also sagen wir mal so, bis nächsten November haben die Zeit. Du sagst ein halbes Jahr, das ist jetzt dann so eins, vier, fünf, sechs, so April, Mai ist vorbei. Mhm. So Mai. Wetteinsatz? Mai, Juni. Unsere Ehre. Mehr wette ich nicht. Du Langweilerin. Ja, ich bin da echt langweilig. Ich bin nicht so die Wettfrau. Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn ich gewinne, lädst du mich auf ein Cappuccino mit Hafermilch in München ein und wenn du gewinnst, lad ich dich auf Cappuccino oder, was weiß ich, ein heiß getränkt mit Hafermilch in Berlin ein. Ja, okay, ich dachte, jetzt kommt so was. Du, ich bin super boring. Ich singe ein Lied über Kanye und der andere, weiß ich nicht, malt, schminkt sich wie Kimi und macht ein Foto. Ja gut, das ist natürlich lustiger. Ich bin bei Wetteinsätzen super boring, aber es hört sich auch witzig an. Pass auf, pass auf, das machen wir jetzt so. Wir machen jetzt einen Deal. Okay. Wetteinsatz, du schreibst ein Lied über Kimi und Kanye und ich verkleide mich als Kim Kardashian und schminke mich und poste ein Bild. Okay, Deal. Deal? Und dann machen wir noch irgendwann ein Foto mit Caro Kardashian und dir. Unbedingt. Geil. Deal. Unbedingt. Sehr gut. Virtueller Handschlag. Virtueller Handschlag. Ihr könnt gespannt sein. Erinnert uns bitte dran. So. Kim und Pete enttäuscht mich nicht, okay? Trennt euch. Trennt euch. Aber erst im nächsten Jahr. Ja, im nächsten Jahr. Jetzt bleibt ihr noch. Ja, ihr Lieben, das ist so der neueste Klatsch und Dratsch mal wieder von den Kardashians. Ihr könnt uns ja mal Kommentare hinterlassen. Wie findet ihr die neue Lesung zwischen Kim und Pete? Gebt ihr der ganzen Sache eine Chance oder denkt ihr auch, dass das ganz schnell vorbei sein wird? Und wir möchten natürlich auch wissen, würdet ihr Pete daten oder würdet ihr Kim daten? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich würde ja eher Kim als Pete daten, aber gut. Just my five cents. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann diese Frage gerade nicht beantworten. Unentschlossen. Du würdest auch Kim daten? Vielleicht. Ich glaube, ich würde eher Pete aus Neugier daten. Einfach mal so ein Date, um zu gucken, was finden die alle an dem? Oh Gott, diese Bilder, ich kriege sie nie wieder aus dem Kopf. Na ja gut, ihr Lieben, hinterlasst uns doch Kommentare. Wir sind echt neugierig. Ich möchte jetzt eine Feldstudie starten. Wer findet Pete Davidson attraktiv? Irre ich mich so oder irrt ihr euch so alle? Ja, oder seid ihr so wie ich, so ambivalent dazwischen? Ja, das finden wir jetzt raus. Hinterlasst uns gerne Kommentare auf Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns unter Popculturellas und wir freuen uns auf alles, was von euch kommt. Bis dann. Bis dann, ihr Schnuckelhasen. Tschüss. Ciao. Ciao.